Der Zahlungsdiensteanbieter Visa soll gemeinsam mit einer Pornoplattform zur Förderung von Kinderpornografie beigetragen haben. Das hat jetzt ein US-Gericht so ausgeurteilt. Und das hat Konsequenzen für Zahlungen mit Visa, aber auch Konsequenzen für Zahlungen mit Mastercard. Die haben sofort die Reißleine gezogen und werden jetzt große Veränderungen vornehmen. Was das für Veränderungen sind und was Visa im schlimmsten Falle droht, zeige ich euch in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde Beuger & Solmecke. Und ich würde mich persönlich sehr darüber freuen, wenn ihr jetzt ein Abo für diesen Kanal da lasst. Vorteil für euch, ihr seid dann auch künftig up-to-date, wenn es um neue Rechtsfragen geht. Und tatsächlich stehen Visa und auch Mastercard ja eher für so eine verstaubte alte Branche der Finanzindustrie. Die würde man jedenfalls nicht mit irgendeiner Pornografie in Verbindung bringen. Aber weit gefehlt. Die machen einen großen Umsatz mit dem Bezahlen pornografischer Inhalte. So waren lange Zeit Visa und Mastercard-Zahlungen auch für Pornhub-Abos möglich. Pornhub, das ist immerhin die 17 meist aufgerufene Seite der Erde. Die hat pornografische Inhalte, die nicht immer legal sind. Das hat ein Gericht jetzt festgestellt. Und genau diese nichtlegalen Inhalte werden mittelbar quasi unterstützt und finanziert durch Zahlungen von Visa und Mastercard. Deswegen hat eine erwachsene Frau, Serena Flights, geklagt. Sie hat sich selbst gesehen Videomaterial auf Pornhub und hat gesagt, das bin ja ich. Ich als 13-Jährige. Ja, ich hatte damals einvernehmlichen Sex mit meinem Freund. Aber ich habe nie die Einwilligung erteilt, dass er dieses Material hochlädt. Und es hat Wochen gedauert, bis Visa und Mastercard da reagiert haben. Übrigens Wochen gedauert, bis jemand reagiert. Ist übrigens beim Facebook-Datenskandal auch der Fall. Facebook hat euch keine Auskunft gegeben und hat euch auch nicht gesagt, ob ihr vom Datenleck betroffen seid. Das könnt ihr aber selbst rausfinden unten in der Caption. Und wenn ihr betroffen seid, versuchen wir 1.000 Euro für euch von Facebook zu bekommen. Ganz kleiner Hinweis in eigener Sache. Auf alle Fälle hat Serena Flights, die damals 13-Jährige, die jetzt erwachsene Frau ist, gesagt, naja, ich möchte, dass diese Inhalte von Pornhub runterkommen. Ich habe das zwar gemacht damals, auch alles einvernehmlich, aber mein Freund hatte niemals die Einwilligung, das irgendwo hochzustellen und schon gar nicht auf einer Pornoplattform. Pornhub hat sich geziert und gewunden und es hat Wochen über Wochen gedauert, bis diese verbotenen Inhalte wieder runterkamen. Und sie hat gesagt, das war zu lang. Jetzt haben andere die Inhalte wieder runtergeladen, wieder neu raufgeladen. Tausende haben es mittlerweile gesehen. Ich will Schadenersatz. Und nicht nur vom Mindgeek, dem Betreiber von Pornhub, nein, ich will auch Geld von Visa haben. Wieso das? Naja, weil sie sagt, die Zahlungen, die die Abonnenten, die die Inhalte sehen konnten, abgewickelt haben, die Zahlungen, die abgewickelt wurden für die Abos, die liefen über Visa. Und ein Gericht in den USA hat jetzt gesagt, es ist offensichtlich, dass Mindgeek hier sein Geld mit illegalen Aufnahmen macht. Und nämlich diese Verbreitung von Pornografie von Minderjährigen oder vom sexuellen Missbrauch. Teilweise war auch so etwas dort zu sehen. Und das Visa damit drinsteckt. Also so nach dem Motto, mitgehangen, mitgefangen. Es hat ein kalifornisches Bezirksgericht gesagt. Der Richter Cormac Carney, der schrieb in seiner Entscheidung, es sei plausibel, das Visa beabsichtigt habe, Mindgeek bei der Monetarisierung von Kinderpornografie zu helfen. Der Zahlungsdienstleister sei ein dringend benötigtes Werkzeug, um das ganze Netzwerk am Laufen zu halten. Klingt ja irgendwie auch so ein bisschen logisch. Die Frage ist, wo hört die Kausalität auf? Also wo können die wirklich noch verantwortlich gemacht werden für etwas, was viel, viel später passiert ist? Schreibt es mal unten in die Comments. Meint ihr, dass Visa wirklich noch so nah dran ist an der ganzen Geschichte, dass man ihnen illegal hochgeladene Kinderpornografie da mit vorwerfen kann, so wie es hier ein kalifornisches Bezirksgericht gemacht hat oder nicht? Fakt ist allerdings, dass damit Visa noch nicht Schadenersatz leisten muss. Aber die Entscheidung hat gesagt, Visa kann erst einmal auf Schadenersatz verklagt werden. Und sie ist Partei des Streits. Das heißt, wenn man von Mindgeek Geld haben will, also von dem Betreiber, von Pornhub, kann man auch Geld von Visa verlangen, die eventuell leichter zu packen sind, weil sie eben überall auf der Welt sitzen. Tatsächlich eine bahnbrechende Entscheidung hier von dem Bezirksgericht und die Option, dass man zahlen kann mit Visa und Mastercard für Abonnenten, die wurde mittlerweile schon abgestellt, schon im Jahr 2020 übrigens. Das ist also noch ein älterer Sachverhalt, der jetzt zur Entscheidung gekommen ist. Darüber hat die New York Times berichtet und Visa geht jetzt aber noch einen Schritt weiter. Jetzt haben die durch diese Entscheidung so einen Schiss bekommen, dass die nicht nur die Zahlungsmöglichkeiten auf Pornhub mit Visa oder jetzt auch Mastercard hat es genauso gemacht, eingestellt haben. Nein, die gehen jetzt sogar so weit, dass sie sagen, ab sofort nehmen wir auch keine Zahlungen mehr entgegen, die an Traffic Junkie laufen soll. Was ist wiederum Traffic Junkie? Naja, neben den Abos auf so einer Pornoplattform gibt es auch noch Werbung. Und Werbezahlungen werden über Traffic Junkie abgewickelt. Da ihr aber Traffic Junkie nicht ohne weiteres so Geld zukommen lassen könnt, nehmen die wiederum Visa und Mastercard Karten an. Und dann könnte man ja genauso argumentieren, hm, nicht nur für Abos wird Visa und Mastercard genutzt, sondern auch noch für die Werbung, zwar über den Umweg über Traffic Junkie, aber das ist jetzt Visa ein bisschen zu heiß geworden. Die sagen, wir nehmen auch gar keine Gelder mehr an, die an Traffic Junkie laufen sollen, sodass auch Werbebuchungen da immerhin schwieriger werden. Und es gibt immerhin nach eigenen Angaben 4,6 Milliarden Anzeigeauslieferungen täglich über Traffic Junkie. Also Reklamevermittlung über Traffic Junkie kann jedenfalls nicht mehr mit Visa oder Mastercard bezahlt werden, weil damit indirekt auch wieder diese illegalen Inhalte gefördert werden. Visa übrigens sagt natürlich, die haben ein falsches Bild von uns dargestellt bei dem kalifornischen Bezirksgericht. Die wollen in die nächste Instanz gehen. Sie wollen sich weiterhin gegen die Klage verteidigen. Und ja, wie das ausgehen wird, das zeige ich euch dann in einem der nächsten Videos, sobald die Entscheidung steht. Fakt ist, in vorauseilendem Gehorsam hat Visa jetzt erstmal gesagt, okay, wir treten hier in die zweite Reihe. Wir machen das nicht mehr, dass wir jetzt solche Zahlungen überhaupt noch annehmen und abwickeln für Abos auf solchen Pornoplattformen und schon gar nicht mehr oder jetzt auch ganz neu nicht mehr für die Werbung. Es wird also da eng für die Plattform. Die müssen sich immer wieder was Neues überlegen, wie sie überhaupt noch Gelder übermittelt bekommen. Ja, ist schwierig. Ich hatte ja schon häufiger bei Pornhub berichtet, weil die keine wirksamen Jugendschutzmechanismen haben. Da sind die Medienanstalten so, dass sie teilweise DNS-Sperren, die ich ehrlicherweise ja nicht für so sinnvoll halte, eingerichtet haben. Also auf die eigentlichen Domains nicht mehr draufkommt. Aber die Schlinge zieht sich zu. Denn was früher bei uns, als ich noch Jugendlicher war, nur in ganz speziellen, ab 18 Bereichen in Videotheken zu sehen war, ist jetzt mit nur einem Klick greifbar. Und das finde ich auch nicht in Ordnung, ist aber nicht so ganz einfach, wie man das wieder eindämmen kann. Aber ein bisschen wird denen jetzt auch der Geldhahn zugedreht, wenn Visa-Zahlungen nicht mehr möglich sind. Was aber für euch immer möglich ist, ist ein Abo für diesen Kanal. Würde mich freuen, wenn ihr noch ein bisschen dran bleibt. Hier noch zwei Videos, die euch auch gefallen könnten. Ich danke auf alle Fälle für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund, liebe Leute. Schaut lieber diese Videos statt irgendwelchen Schmuddelkram. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis dahin.